Ja, hallo liebe Ritzner Freunde, willkommen bei der Firma Creatista. Heute zeigen wir Ihnen ganz kurz, was passiert, wenn die neue Maschine kommt und das Licht brennt, aber der Anlasser ohne Funktion ist. Hier liegt es am Mikroschalter, dass die Maschine nicht näht. Der Mikroschalter ist ein Schutz, damit Sie sich beim Einfädeln und beim Ausversehen auf den Anlasser treten nicht verletzen. Der Mikroschalter sitzt, wenn Sie die Klappe öffnen, hier in diesem Schlitz und wenn Sie dann auf den Schlitz die Pinzette reindrücken, dann näht die Maschine auch. Wenn Sie das getestet haben, schließen Sie die Klappe, ziehen den Fadenbaum ein und legen die Maschine auf den Rücken. Sie sehen dann von hier unten zwei Kreuzschrauben. Mit dem handelsüblichen Kreuzschraubendreher lösen Sie die beiden Schrauben, drücken die Klappe nach links gegen die Nadel und drehen die Schrauben wieder fest. Jetzt hat die Maschine wieder den gewünschten Kontakt und Sie können Ihren Stoff unterlegen und loslegen. Fadenbaum ausziehen nicht vergessen. Ja, jetzt wünschen wir Ihnen viel Spaß beim Overlocken und bis zum nächsten E-Tipp Ihre Firma Creatista.